so so ist es hin jetzt wird es wieder insel die hier ist die müsste es eigentlich kommen und jetzt wieder rennen nach der Karte du bist nicht gestorben ich springe will auf die fliegende Insel in dem Moment fliegt sie weg und kohle als er gab es am Anfang aufhören könnte vorgehen ja ich bin ja die Tür diese richtig behindert die sind richtig behindert die mutierten Ritter ich glaube das sind rotierte Ritter kann das sein kann ich von ihren Pferden schmeißen das Pferd nein das ist wenn du runterfällst bist du tot sicher? ja wenn du alle gepullt hast dann ja nur du pullst ja alles alter wie die mich immer aufhalten ich bin tot bei dem nächsten ist wieder so eine fliegende ne da ist nur eine Brücke gut da kommt der beleidigt rüber nein reiten während des Kampfes nicht möglich ich bin vielleicht tot ok ich bin tot ich bin mein Boss super die Ritter reiten hinter mir her warum bin ich da runtergefallen warum musste ich da runterfallen scheiß fliegende Insel alle die mich verfolgen äh gehen die gleich also folgen die mich bis zum Zweitboss da oder oh eine Brücke sehr schön auch gestorben ich bin nicht gestorben ich hab's geschafft scheiße du bist ähm der André kommt dran der möchte mit uns Tee trinken hab ich gehört wer ist André? keine Ahnung in so'n Sackgesicht wer ist André? der ist richtig kacke der kann nicht so ranziehen und dann schmeißt er dich weg aus der Insel raus richtig jetzt? ja da kann sein oh cool der ist aber noch nicht so behindert wie der nächste Gegner weil der letzte Gegner der schmeißt dich auf eine andere Insel ahhh er hat ein Fels in meine Fresse geworfen so jetzt lass mich bitte wieder direkt auf die fliegende Insel kommen Guck jetzt schmeißt er mich wo bist du? hier hinten oh weggeschmissen der nimmt dich und dann dreht er dich also immer ein Stück weg bleiben genau und dann bist du nicht da wo du jetzt bist mit dem Kampf und dann nimmt er dich und dann bist du unten jetzt hat er einen Fels in der Hand jetzt wirft er einen Fels nach dir glaube ich wie schnell der rennen kann er hat das Teleport Scheiße ah jetzt hätte er gerade einen geworfen bitte fahr weg fahr weg auf der Insel ist schon wieder gestorben doch scheiße jetzt nimmt er mich wieder und jetzt schmeißt er mich wieder weg ahhh jetzt zieht er mich wieder ran die Galerie ist kacke der letzte Gegner ist kacke der schmeißt dich auf andere Inseln ich hasse diese Inseln Alter Alter ich muss nur ein Stück weg kurz was so ist gleich heile nicht auf ne Monna also also nimm doch mal ihn nicht mich Alter jetzt schmeißt er mich wieder nööööö Du siehst einfach knackiger aus weißt du scheiße was alter jetzt zieht er mich wieder ran weil du einfach mehr Schaden hast glaube ich voll nervig oh, er holt sein großes Ding raus ich meine, ich meine Felsen komm schon, komm schon wisst ihr, wie verwirrend das ist wenn man mit zwei Fabians spielt sag nur jetzt zieht er mich wieder ran, der Piddo, Alter scheiße, was der ist aber nicht so stark, das ist das einzigste Gute an dem der nächste ist stark und giftig als weg, das kotzt dann nein sie haben mir meinen Drachen gestohlen hol ihn dir wieder, Forrest, lauf das tümmste wäre jetzt, wenn ich jetzt sterbe, wo ist er denn da? geht mir genauso wenn wir jetzt mal rankommen wie denn? so, wie denn ins Nichts gesprungen, weil die Insel in dem Moment abfährt so, jetzt holt er dich gleich wieder ran ich komme nicht mehr auf die Insel drauf, oder eher gesagt, ich komme auf die Insel drauf, er hat auf die Insel dann getötet ich glaube ich werde es nicht bis zum Boss schaffen der Boss hat noch 400 Leben, wir warten woran siehst du, wie viel Leben er hat? du kannst es einstellen alles klar ich glaube, das mache ich mal schnell, wenn du mit ihm beschäftigt bist null Schaden, sechs Schaden, nein, nein lass mich los ja sehr schön in den Kristall gerutscht oh, jetzt hat er mich umgeschmissen ich gehe mal kurz in die Systemeinstellung Anzeigeoption du musst unter Spieleinstellung benutze Oberfläche Blutbalken, Gesundheit anzeigen genau er hat noch 400 Leben, also noch ein Schuss ne, von allen von allen? seh ich es jetzt von dir? ne, nur von siehst du es vom Terminator? äh Drache Feindliche NPCs, Neutrale NPCs Wache, Wache hör doch mal auf, Mann, mich zu werfen, so Scheiße große Scheiße ich ja ich bin jetzt wieder an der Insel, mal gucken ob ich blöderweise halt nur drei Leute direkt davor Wache ja so muss das so muss das nicht ich bin auf der Insel ich versuche mal einen Screenshot von dem zu machen Fahr los Insel ja ich hab's geschafft kacke weil wenn die Insel losfährt dann werden die anderen runtergeschoben ja und dann, du weißt, da ist ja kein Boss mehr auf der Insel, oder? ok dann direkt weiter und versuch das zu überleben das nächste ist eigentlich und cool noch schwerer, oder wat? ne, das ist easy eigentlich also wenn du richtig durchkommst, dann ist es easy und da ist auch keine kein Ding, wo du drauf gehen musst sondern einfach nur ne Brücke haha jetzt mal ganz safe auf die nächste Insel du musst, du musst einfach den dann einfach mal einmal anhütteln, dann ist der tot ok ok, ich komm ich muss nur wissen, wo muss ich rechts rum Scheiße ich bin schon runter weil mich so ein scheiß Drache angegriffen hat versuch einfach durchzuhalten ja, ich bin dabei haua macht er dir viel Schaden geht eigentlich weil wenn nicht, dann geh ich zurück um versuch ihm zu helfen und dann bleibst du bei dem Typen hier nur ich hab halt keinen Bock, dass der mir hinterher rennt weil das wär kein Ritter weil dann macht er wieder vorne neben bei den Rittern einfach vorbei rennen wenn die dich einmal haben ich versuch's aber die haben mich Scheiße warte, bleib du hier ich ja ich bin tot dann machen wir den jetzt der ist tot ach, wie soll ich denn das packen warte, ich komm jetzt zurück so das eine war ja eben auch ein bisschen dumm halt, dass mich boah, hab ich mich erschreckt alter Falter hey, die schwere Rüstung könnte ich noch nicht anziehen na, kacke auch nicht F7, sondern F6 wir haben keine Zeit zu verlieren bla bla schweiß mich weg verdöns warte, sag mal Bescheid wenn du auf der ersten Insel bist und dann zu uns rennen willst, ok? da komm ich zurück klar muss ich aber erstmal wieder hinkommen kriegen wir die hier eigentlich? ja, die kriegen wir ja, die sind die sind eh, die sind wir rennen jetzt einfach zum Anfang und rennen mit ihm durch, ganz einfach oder du, du bleibst hier, du bleibst hier du bleibst hier ich versuch mal da zu treiben ich versuch mal da zu treiben Hallo Kinder so, jetzt bin ich wieder bei den großen Steinen wenn du drüben bist, sagt Bescheid ja, aber ich weiß nicht ob ich es bei dem Versuch schaffe es ist immer etwas knifflig da den Leuten zu entkommen und auf die fliegende Insel zu kommen nein ich wurde von meinem Drachen geschmissen das heißt eigentlich schon, dass ich verloren habe und die Insel fliegt genau jetzt weg da bin ich durch die Ritter nicht ohne Ritter sondern davor ja, durch die Ritter nicht ohne Drachen echt? hab ich nicht gepackt ich warte ich bin unterwegs ich mach aber so eine Ruhe gerade ich bin auf der Insel ja, dann lauf schon mal los die Drachen sind erst mal da hinten so, jetzt da ist hier das ein scheiß Bezelkäfer ich mach ich hab grad so eine Riesenschlange hinter mir ich mach grad eine Bolognese Bolognese aber ich stirb bloß nicht wegen mir dann ne, ich komm durch ich hab Teleport Teleport ich räum mal ein bisschen auf hier vorne ich weiß noch nicht was ihr macht aber welche Richtung muss ich die Richtung genau Fisst euch ihr Kacklappen wenn ich jetzt wieder zurückfahren würde ähm und cool komm rüber, komm rüber, komm rüber, komm rüber diesen Akku auf mich Tele, 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 Tele oh, war das klappt Tele, 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 Tele das heißt, ist hier unmöglich doch Nein, mich hat irgendwie sowas von hinten getroffen. Alter Riesenbaum. Oh, der alte Riesenbaum ist aggro. Oh, der will mich töten. Ich werde den zuerst töten. Scheiße, was sind das für Druckwellen, die von hinten kommen? Sind die, sind die, sind von den Rittern hier. Scheiße. Ich komme. Ich habe kein Manna mehr. Alter, ich bin festgehalten. Kacke, ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Egal. Geh weg, Scheißbaum, geh weg. Jetzt helf ihm, helf ihm, helf ihm, helf ihm. Er ist auf der Brücke, er ist auf der Brücke. Ich bin auf der anderen Seite. Ja, deshalb, er ist auf der Brücke. Achso. Verfolgen mich noch welche? Nein, die sind jetzt alle Debbie Herr. Geh weg. Ja, ich bin da. Sterbe. Stirb heißt das. Sterbe. Ich habe einen Baum getötet. Ich bin so ein Umweltschänder. Bist du? Du bist da vorne, okay. Ich habe hier vorne mal ein bisschen aufgeräumt. Hier ist jetzt kein Schwein mehr. Danke. Bitte. Das hat du nicht. Das hat Fabian. Wer reagiert, wenn ich danke Fabian sage? Beide. Ah. Scheiße war's. Ich renne hier einfach durch. Ich habe keinen Punkt jetzt alle zu metzeln. Ja, man kriegt was für. Du blöde Kuh. Wo kann man eigentlich Abenteuer eintauschen gegen was? Abenteuer was? Insignieren. Ach, diese... Diese komischen runden grünen Dinger, die du da bekommst. War das nicht das, was wir im Shop auch eintauschen konnten? Nee, das war... Muss gleich gucken. Kommt erst mal auf die Bossinsel, weil der Boss ist jetzt hier. Nein! Also, gewesen. Der schmeißt euch übrigens runter und auf die anderen Inseln. Wie kommt man zurück? Äh, die... Den Boss da auf der Insel töten und dann diese Eier auspacken. Und die schmeißen sich dann irgendwie wieder runter. Ah, alles klar. Klingt ja irgendwie nicht besonders schwer. Der Boss sieht aber richtig übelst aus. Alter 4. Loll. Hab ihn gesehen. Äh, die... Wender ist eigentlich der Boss, ne, Fabian? Ja. Der Drache, der ist wieder zur Unterstützung da. Schmeiß der... Nee, 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 Wender ist nicht der Boss. Scheiße, meine Waffe ist fast kaputt. Ah, das ist uncool. Ja, richtig uncool. Der Boss ist der Drache. Ja, ich seh nix, ich seh nix, ich seh nix. Der Boss ist der Drache. Ja, das ist nämlich so ein Insektendrache. Seelenschlinger Todesdrache. Ich dachte, die Wender ist der Boss. Nee, nee, das ist nur die Komplizin. Ich muss... Oh, ne, ich bin auf der anderen Insel. Du Hurensohn! Ich mache Party auf deinem Grab. Scheiße, ich bin auf der Insel jetzt hier. Ich kann euch jetzt nicht helfen. Ja, äh, raben. Ähm, ja, genau. Uncool. Scheiße, v, uncool. Echt uncool. Ich steh grad direkt vor dem Drachen. Ich auch. Rennstückchen. Ich bin weg, ich bin weg. Scheiße, ich bin tot. Juhu! Tod ist ganz schlecht. Ja, aber echt... Wär jetzt kacke... Werden wir dann ganz am Anfang wiederbelebt. Das wär echt behindert. Ja, bestimmt. Wow! Was ne kacke! Bist du am Anfang? Ja. Bitte nicht. Weißt du was, jetzt hab ich keinen Bock mehr. Ich töte alles. Oh, bist du wieder da? Ja, ich hab's geschafft. Bin zu mir. Alter Falter ey, was ne scheiß Juno Galerie. Und wir sind glaub ich noch nicht mal am Ende, oder? Doch, das ist das Ende. Echt? Ja. Was ist das Ende? Die anderen Inseln, wo man dann draufliegt, sieht man auf der Karte gar nicht. Das hier ist unsere Kampagne-Quest, die Wender central zu töten. Die müsst ihr sowieso packen. Also entweder packt ihr die jetzt, oder nie wieder. Ja. Ja, da hast du recht. Genau. Nein! Ah! Scheiße! Nein! Bitte nicht sterben! Oh mein Gott, ein Baum will mich töten. Nein! 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 Aber die haben alle nur noch, die haben beide nur noch der erste Leben. Ich bin tot. Ja, du sollst mal herkommen, sonst kriegst du die Quest nicht. Das wär uncool. Ja, ne? Ich bin tot. Oh, der Baum ist von meinem Dingens abgehalten. Wo ist denn jetzt? Kannst du teleporten? Äh, ne, die ist so kurz unsichtbar. Die ist kurz in dem Drachen drin. So. Nein, mein Schwert geht gleich im Arsch. Oder eher gesagt, sie sitzt auf dem Trauf, wie du jetzt siehst. Hehehe, Leute. Er war, mein Drache ist schon längst da. Nächster. Ich hab nur gerade erst gemerkt. Ja, mein Schwert ist gleich. Ah, mein Schwert ist gleich. Ah, das ist das Kacke. Der hat meinen Drachen gerade richtig viel gezogen. Ich hab noch 15 Halbberg. Ah, du Scheiße. Ich weiß gar nicht, wie viel Leben der gerade hat. Ich seh das jetzt gerade. Ich auch nicht. Ich seh's auch nicht. Ist voll komisch. Was machst du denn? Nein. Du bist kacke. Du bist richtig kacke. Du hast mich von einem Drachen geschmissen. Das find ich uncool. Was macht die denn? Latscht 20 mal über uns drüber. Alter, jetzt, ähm. Hast du den Boss schon mal besiegt? Ja. Aber dass der da drauf stand, das weiß ich jetzt gar nicht, ob das so war. Jetzt wieder runter, oder? Nee. Auch ne, ist das jetzt nicht verbuggt. Hoffentlich. Ich werde nicht sterben. Ich werde sterben. Aber Ron war es schon mal verpackt, dass der... Ich werde sterben. ...was immer dann am Anfang gekommen ist. Ja, das war verlustig. Und hat kein... nicht mehr angegriffen. Ja, aber der greift ja noch an hier, ne? Ja. So. Oh, jetzt wird's geschafft. Bei dir auch, Fabian? Film? Na, der Film ist da, aber ob ich sie gepackt hab, weiß ich nicht. Doch, wenn der Film da ist. Aber die, die entkommt noch, glaube ich. Ach, Scheiße. Aber was für eine abscheuliche Frau. Oder äh, ne, 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 ne. überlebt das Geräusch Quotetil im Hintergrund die Städte in der Tat ja aus der Befragung der Trage wo auch die ausnehmen der Kacke ich hab sie nicht bekommen ausnehmen nur eine kleine Flasche drin zu scheiß